Lieber Posaunenchor, ich habe noch eine Übung mehr ausgedacht zur Verbesserung der exakten Ansprachen. Ganz einfaches Prinzip. Viervierteltakt, B-Tour-Tonleiter. Wir spielen pro Takt nur eine einzige Achtelnote, recht kurz und hören dann im Nachklang, lassen wir den Ton auf uns einwirken und überprüfen, ob der wirklich genau im klanglichen Zentrum war. Wenn nicht, wiederholen wir dieses Intervall und bekommen dann nach und nach das Gefühl, wie es besser wird. Ich mache es mal vor. ombets. 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 omb στη Versproessen. ombets. ombets. しました. ombets. 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 relativ einfaches prinzip es geht wirklich darum deutlich abzusetzen und quasi aus dem nichts wieder den nächsten ton ganz exakt zu erwischen wenn ihr das hin und wieder mal in euer tägliches programm mit aufnehmen werdet ihr merken dass es euch deutlich leichter fällt nach einer pause irgend oder irgendeinem schwierigen einsatz wirklich mit allergrößter sicherheit immer wieder präzise zu erwischen das ist wichtig für uns alle ok viel spaß